Ich schwöre es dir. Mein Deutsch ist automatisch schon Katastrophal. Wie ein Virus. Heute haben wir auf jeden Fall ein sehr heftiges Thema. Und zwar reden wir heute darum, daran... Darüber. Egal, Bruder. Egal, ist kein Problem. Aber wie schick aus, mit Krawatte macht er jetzt. Maschallah, läuft bei dir. Heute wieder schick. Letzte Folge schick. Auf jeden Fall, wir reden darüber, dass, warum betrügen Männer ihre Frauen. Warum würden wir eine Frau betrügen? Wir würden das natürlich nicht machen. Aber wenn, warum? Und es gibt Unterschiede zwischen Frau und Mann. Warum ein Mann eine Frau betrügt und warum eine Frau einen Mann betrügt. Es gibt da kleine Unterschiede. Guck mal, es gibt manche Männer, die sind zwar mit einer Frau zusammen, aber die haben noch nicht abgeschlossen, mit ihren Bitch zu sein. Das ist genau das, was Männer irgendwann mal haben, dass sie sagen, ich habe mich nicht ausgelebt, ich möchte mich jetzt komplett ausleben. Und deswegen möchte ich jetzt alle Frauen. Und deshalb ist es natürlich der Umkreis, die Freunde, die dich dazu bringen, dass du Scheiße brauchst. Aber ich finde, es ist auch die Unzufriedenheit mit deiner Frau selber. Das Problem ist, was viele Männer haben, ein Mann ist ja immer sozusagen immer der Jäger. Der möchte natürlich jagen, der möchte die Frau bekommen und so. Und das Problem ist, ein Mann denkt sich, okay, wie bekomme ich dann die Bestätigung, dass ich in der Außenwelt immer noch als attraktiv gesehen werde, indem er sich die Bestätigung holen tut. Indem er zum Beispiel andere Frauen anspricht, indem er dies und das macht. Das heißt nicht, dass er betrügt und das heißt auch nicht, dass alle Männer so sind. Aber es gibt, da sind halt einer von diesen... Ach so, also meinst du, dass der Mann nicht so viel Aufmerksamkeit von der Frauenwelt kriegt, deswegen sich präsentieren möchte und deswegen fremd geht? Er möchte gerne wissen, wie viel Marktwert er noch in der Waschistu? Weil eine Frau weiß doch schon ihr Marktwert, indem er diese Komplimente bekommt und die Männer schauen hinterher und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Und der Mann möchte halt seinen Marktwert sozusagen erfahren und deshalb guckt er, baggert er, macht er dies und macht er das und so weiter. Ja. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum betrügen Frauen? Nein, nein, nein. Ich finde, das ist immer noch kein Grund, dass ein Mann fremd gehen kann. Nein, das sind keine Gründe. Also, nein, nein, das sind keine Gründe. wenn das fehlt, wenn das fehlt, dann versuchen Männer, sich dann anderweitig das zu holen. Ja, ich glaube, das Ding ist auch, aber wenn du eine intakte Beziehung hast, was auch gut läuft, was sexuell auch alles leidenschaftlich ist, wenn das alles funktioniert, dann glaube ich nicht, dass Männer fremd gehen. Das hast du sehr gut gesagt. Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Frauen vielleicht nicht checken oder viele Männer nicht checken. Jetzt hören mal bitte alle unter 18, bitte weghören, ja, aber wenn der, ich rede jetzt mal ein bisschen blumig, ja, damit das nicht so hart klingt. Wenn der Verkehr in einer Beziehung, das Geschlechtsverkehr in einer Beziehung nicht zufriedenstellend ist für beide Parteien, dann ist es immer so, dass etwas fehlt in einer Beziehung, weil Befriedigung ist halt auch wichtig in einer Beziehung. Und vor allem, wenn du halt, sagen wir mal so, kranke Fantasien hast, zum Beispiel deine Freunde, die sollen sich mal in deine Krankenschwester verwandeln und diese ganze Scheiße. Rollenspiele, ja. Rollenspiele und was weiß ich, was du noch gerne magst und so weiter. Wenn du aber nicht offen bist mit deiner Frau oder die Frau halt nicht offen ist für sowas, dann ist es halt so, dass der Mann vielleicht eine Fantasie sich das woanders holen könnte. Genau. Die hauptsächliche Frage ist ja, warum würdest du unabhängig, ob du das tun würdest oder nicht. Aber stell dich einfach in Gedanken eines Mannes. Mann ist rein, der betrügt. Warum würdest du eine Frau betrügen? Weil er unzufrieden ist. Also du würdest eine Frau betrügen, also nicht du, aber du würdest, wenn es der Fall wäre. wäre, aber mit was wirst du, was sind so die Hauptkriterien, damit auch die Frauen verstehen können, was wäre der, für dich der Grund, also was für die Hauptkriterien wären das, warum du unzufrieden bist, also mit was, damit du betrügen würdest? Ich kann mich gar nicht, aber ich könnte so einige Sachen sagen, guck mal, das Wichtigste ist, dass du die Menschen auch riechen kannst. ich finde, Geruch macht eine Menge aus, Leidenschaft ist ganz wichtig, Sex ist ganz wichtig, dass du mit der Person auch reden kannst. Aber wenn diese ganzen Faktoren fehlen und du mit ihr im Bett liegst und du kannst sie nicht riechen und das passt nicht, dann kann ich mir das vorstellen. Aber warum denkst du, ich kann dir die Frage beantworten, aber gleich gleich. Nee, nee, damit ich auch deine Perspektive, ist dein Podcast, das heißt, ich käufe only. Die Frage ist, warum sind Männer dann nicht bereit, einfach die Frau zu verlassen, zu sagen, ich mache Schluss, warum müssen die aber betrügen? Ist natürlich Rahmenbedingungen. Haben die Kinder, sind die verpflichtet, haben die Angst, das ist auch das Problem, dass Männer haben, sie wollen betrügen, damit das nicht auffällt, aber wollen nicht mit ihrer Frau Schluss haben, weil die Angst haben, dass ein anderer Mann ihre Frau macht. Und das ist genau das Problem vielleicht, dass sie sagen, ich betrüge sie, die will das nie erfahren, aber ich mache mit ihr nicht Schluss, weil ich Angst habe, dass die mit einem anderen was macht. Und das ist immer dieses typische Männerding, wenn die was mit einem anderen macht, dann will ich die kaputt. Also für die Männer auch da draußen, die gerade dabei sind, ihre Frauen zu betrügen, wir werden gerne auch ihre Meinung hören, kommentiert einfach unten. Genau, und ich hoffe, deine Frau sieht das. Nein. Mach anonymen Konto, schreibt drauf, warum ihr eure Frauen betrügt. Ich betrüge meine Frau jedes Wochenende. Oder ihr könnt auch schreiben, warum ihr damals eure Freundin betrogen habt. Ich glaube, es gibt ja Männer, die betrogen haben und dann sagen, okay, Aber ist Alkohol für dich ein Grund, also ein, 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 sag mal so, ein, ein, eine Entschuldigung? Ich würde nie etwas zu mir nehmen, was mein, mein Bewusstsein nicht mehr, dass ich nicht mehr kontrollieren kann. Verstehst du? Aber ich glaube, ich würde nie eine Droge nehmen, wo ich weiß, dass ich dann halt danach nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Okay, es gibt manchmal, dass man denkt, okay, der geht mir fremd. Hast du hundertprozentige Beweise und er geht dir fremd, dann lass den Typen. Aber unterstell nicht einem Menschen, dass er fremd geht, wenn du gar nichts weißt, dass nur dein Gewissen oder deine, 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 deine Psyche, die ein, ein, ein Spiel spielt und du machst dann halt die Beziehung kaputt. Und das, das ist genau auch ein Problem, wenn du zu krass einversüchtig bist.